Hallo, heute erkläre ich euch, wie ihr eine App wechseln könnt. Ihr drückt zweimal auf den Home Button, also das runde Ding an der Seite. Ich habe eine App geöffnet, diese Seite kann nicht wegmachen. Wenn ihr viele Seiten auf habt, solltet ihr zwischendurch welche wegmachen. Ich führe das aus. Ihr könnt, wenn ihr ein paar Seiten auf habt, einfach auf eins klicken, dann seid ihr auf der App, die ihr angeklickt habt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann wendet euch an support.norbert-gynasium.de oder an tablet.norbert-gynasium.de Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020